Hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Auf den ersten Blick schaut die Honda Africa Twin 2020 nicht anders aus als das 2018er Modell oder das 2019er Modell, aber in Wahrheit ist das ein völlig neues Motorrad und wie sich das fährt, was das kann, das erfahrt ihr in dem Video. Ja, zum Beginn muss ich mich gleich einmal ein bisschen selber loben, weil wie die Adventure Sports 2018 auf den Markt gekommen ist, hat man sie als Offroad-Modell positioniert und ich habe da gleich gesagt, ich würde besser finden, wenn die normale, die Standard Africa Twin, die ja doch leichter ist, das Offroad-orientierte Modell ist und die Africa Twin Adventure Sports das komfortable Reisemotorrad. Nun, zwei Jahre später hat sich Honda meiner Worte erinnert und im Modelljahr 2020 ist es jetzt so, wie es gehört, nämlich die schwerere, die voluminösere ist das komfortable Reisemotorrad und die leichtere, die schlankere ist das Offroad-orientierte Motorrad, wobei man dazu sagen muss, beide Motorräder können Offroad einiges und beide Motorräder sind bequem genug für die lange Reise. Leider ist sich bei mir terminlich nicht ausgegangen, dass ich bei der ersten Fahrpräsentation auf Sardinen im Oktober dabei gewesen bin, deswegen habe ich mir jetzt einmal die Adventure Sport DCT geschnappt, um sie für euch ausgiebig zu testen und im Frühjahr kommt dann das Standardmodell, das Offroad-orientiertere Modell dran. Was ist jetzt neu bei dem Motorrad? Es schaut ja nicht viel anders aus, wie ich gesagt habe, aber es ist einiges neu. Wenn ihr euch den Titel von meinem Video angeschaut habt, wo da steht sanfte Evolution und sanfte Revolution, ich finde, dass dieses Wortspiel ganz gut auf die neue Africa Twin passt, weil sie sich sinnvoll weiterentwickelt hat und weil sie auch auf einmal sehr, sehr viel mehr elektronische Features drinnen hat, also das umfangreiche, volle Elektronikpaket reinbekommen hat, das ist eine Revolution, die Weiterentwicklung ist eine Evolution, beides jedoch sanft, beides ohne den Charakter der Africa Twin zu verlieren. Auch wenn es wirklich nur für Kenner zu identifizieren ist, stehen wir wirklich da bei einem neuen Motorrad, das einen neuen Motor hat mit jetzt 1084 Kubik, der leistet 102 PS bei 7500 Touren und 105 Newtonmeter, die liegen bei ein bisschen über 6000 Touren an. Das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig mehr als vorher, aber doch wieder ein kleiner Schritt in Richtung mehr Power. Es ist ein neuer Rahmen, der jetzt verschraubt ist und hinten aus Aluminium ist. Es ist eine neue Aluschwinge verbaut, die ihre Wurzeln in der CAF 450 Motocross Maschine hat. Die Leistungssteigerung ist jetzt nicht sensationell, aber was es ganz, ganz selten gibt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Motorrad stärker und gleichzeitig leichter geworden ist. Da muss man wirklich Honda Komplement aussprechen, weil es nicht selbstverständlich ist, weil keiner wahrscheinlich was gesagt hat, wenn es wieder um 5 Kilo schwerer geworden wäre. Ich meine, wir reden immer noch von einem relativ schweren Motorrad, speziell jetzt bei der Adventure Sport in der DCT-Variante, aber sie ist doch um 5 Kilo leichter geworden. Sie hat eben beim Motor ein bisschen abgespeckt, sie hat am Rahmen ein bisschen abgespeckt und das ganze Ergebnis ist dann eben auch ein um 10% besseres Leistungsgewicht. Wenn man sich jetzt die Adventure Sports anschaut, fällt einem gleich als erstes auf, dass sie zugänglicher geworden ist. Sie ist nicht mehr so hoch. Die Adventure Sports 2018 war einfach ein irrsinnig hohes Motorrad, das sehr, sehr viel Respekt eingeflößt hat und das mit einer Körpergröße von unter 1,80m schon einen recht erfahrenen Fahrer vorausgesetzt hat. Jetzt sind wir bei 850 bis 870 mm Sitzhöhe, gleich wie beim Standardmodell, gleich wie bei der normalen Africa Twin. Und was noch dazu kommt, der Sitz ist schlanker, also die Schrittbogenlänge ist um einiges reduziert und dadurch ist das Motorrad wirklich auch für kleine Leute wie mich mit 1,75m total easy zu fahren, also so wie eben eine Reiseenduro zu fahren ist. Natürlich kein Licht ohne Schatten. Für Leute mit 1,90m oder mehr Körpergröße ist es jetzt ein Schritt zurück. Die haben mit der Adventure Sports endlich einmal ein Motorrad gehabt, wo es keine höhere Sitzbank gebraucht haben, wo sie sich von Haus aus wohlgefühlt haben, aber die können sich ja immer noch jetzt im Zubehörprogramm eine höhere Sitzbank besorgen. Und dann haben sie wieder das gleiche Feeling wie auf der alten Africa Twin. Auf alle Fälle ist sie jetzt für eine breitere Masse fahrbar, weil das war schon eine Herausforderung mit der hohen Sitzhöhe, vor allem wenn man dann Offroad unterwegs ist, wenn man bei ein bisschen schwierigeren Passagen unterwegs ist. Ich bin hier mit dem absoluten Topmodell unterwegs, mit der Africa Twin Adventure Sports ES DCT. ES steht für das elektronische Schowa Fahrwerk. Dieses elektronische Schowa Fahrwerk bleibt nur der Adventure Sports vorbehalten und arbeitet auch wirklich wunderbar. Wie kann man sich das vorstellen? Ich kann das Fahrwerk einmal in der Vorspannung auf verschiedene Situationen einstellen. Also entweder Fahrer alleine, Fahrer mit Gepäck oder Beifahrer mit Gepäck und dann bekommt das Fahrwerk über die Gabel und über die EMU, über die Schräglagensensorik mit sechs verschiedenen Achsen, immer die richtigen Informationen, um sich der Fahrbahn anzupassen oder dem Fahrstil auch anzupassen. Das geht so weit, dass wenn du Offroad fasst und springst, du bist Offroad unterwegs mit einem eher weicheren Setup und das Motorrad erkennt sofort, wenn du in der Luft bist, wird das Ganze härter und innerhalb von Millisekunden und das schlagt kein Fahrwerk durch oder was beim Springen. Die wenigsten von uns springen, wo ist es dann in der Praxis wirklich relevant? Es ist relevant, wenn ich zum Beispiel auf schlechten Fahrbahnen unterwegs bin, da will ich ein weicheres Fahrwerk. Das geht auf Knopfdruck, wenn ich zum Beispiel nur in der Praxis vom Tourenmodus in den Schottermodus wechsle. Im Tourmodus habe ich ein härteres Fahrwerk, im Schottermodus habe ich ein weicher eingestelltes Fahrwerk. Da muss man nicht so viele Kompromisse eingehen. Man kann einfach auch sehr einfach zwischen Hard und Soft und Medium herumswitchen, ohne dass man jetzt der große Fahrwerkspezialist sein muss, weil die wenigsten von uns trauen sich ja wirklich heran und sich das Fahrwerk für sich einzustellen. Und dann ist es ja immer ein Kompromiss, weil wenn ich mit dem Motorrad auf der Straße und abseits der Straße fahre, dann wird das Fahrwerk nie ideal für beides sein. Es muss immer ein bisschen ein Kompromiss sein, was sehr gut funktioniert bei der Honda Africa Twin. Da braucht man auch nicht drüber reden, also deswegen hat man kein schlechtes Fahrwerk mit dem Standardfahrwerk. Aber dieses elektronische Fahrwerk, das kann schon was und man spürt das auch. Durch diese EMU, durch diese Sensorik, die eben auf sechs verschiedenen Achsen basiert, ist eben jetzt auch ein Schräglagen-ABS möglich. Du hast verschiedene Fahrmodi und zwar vier voreingestellte und zwei frei konfigurierbare Benutzermodi. Die voreingestellten Fahrmodi sind der Tourmodus, der Stadtmodus, der Schottermodus und der Offroadmodus und dann eben noch zwei individuell einstellbare Modi. Die einzelnen Fahrmodi unterscheiden sich in der Gasannahme, bei der DCT-Variante noch in der Motorbremse, in der Fahrwerkseinstellung. Weil ich mich nicht einschulden habe lassen, weil ich gleich losfahren habe wollen, ist mir da passiert, dass ich das nicht gewusst habe und habe mir gedacht, der Schottermodus, der taugt mir nicht, der funktioniert nicht so. Das Resselslösung war, ich habe die Traktionskontrolle nicht reduziert gehabt, das muss man extra machen. Geht aber ganz einfach mit diesem Stern hier, mit dieser Sterntaste. Beim Fahren kann man sich das jederzeit verstellen und das merkt sich das System dann auch. Also die Traktionskontrolle ist eben unabhängig von dem Fahrmodi. Mir persönlich hätte es schon besser gefallen, wenn auch die Fahrmodi Einstellung der Traktionskontrolle vornehmen würden. Weil so musst du halt, wenn du jetzt einen Schottermodus einstellst, noch zusätzlich diese Sterntaste drücken. Ist überhaupt kein Problem, wenn man sich daran gewöhnt. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, das ist eben nicht so wie bei manchen anderen Fahrmodi, dass das da auch schon integriert ist. Warum das Honda so gemacht hat, weiß ich nicht. Auf alle Fälle haben sie es so gemacht und es ist jetzt dann auch nicht weiter störend. Störend, was ist störend? Wenn ich mir den Knöpferlsalat am linken Lenker anschaue, dann ist das schon relativ überladen. Das muss man schon sagen. Hat eine wunderbare Haptik, funktioniert wunderbar, aber da muss man schon hinschauen, dass man das richtige Knöpferl erwischt. Ein weiteres Merkmal der neuen Africa Twin, egal ob jetzt Standard oder Adventure Sports, ist das 6,5 Zoll TFT Touchscreen Display. Dass man sich in drei verschiedenen Erscheinungsbildern anzeigen lassen kann, individuell zu verstellen. In der Grundeinstellung sind im Tourmodus und im Stadtmodus die meisten Informationen abrufbar. Das ist dann schon relativ viel zum Ablesen. Mir persönlich besser gefällt das Erscheinungsbild vom Schottermodus, wo ich einen Drehzahlmesser groß habe, wo ich einen digitalen Tacho habe und die Benzinanzeige. Und dann gibt es dann noch den Offroad-Modus, wo der Drehzahlmesser das größte, das wichtigste ist. Das Display lässt sich natürlich bei Bluetooth mit einem Smartphone verbinden, wo man dann Anrufe entgegennehmen kann, wo man Musik hören kann. Das funktioniert mit jedem Smartphone. Wenn man allerdings ein Apple iPhone hat, dann kann man auch noch dieses Apple CarPlay verwenden. Und dann hat man die ganzen Apps auch drauf. Dann kann man die ganzen Apps auch bedienen über das Display, zum Beispiel die Navigation oder solche Dinge. Das ist auch der Grund, warum ich hier noch eine zweite Tacho-Einheit habe, weil ja laut EU-Vorschrift die Geschwindigkeit immer angezeigt werden muss. Und wenn ich jetzt dann dieses Display als Navigation verwende oder für andere Sachen über das CarPlay von Apple, dann wäre eben keine Geschwindigkeitsanzeige da und deswegen gibt es eine zweite Tacho-Einheit. Du kannst recht leicht zwischen den Fahrmodi switchen, auch während des Fahrens mit den Wippen am Lenker rauf und runter. Du hast eben im Tour-Modus das stärkste Anspruchsverhalten. Vom Gasgriff, du hast die Motorbremse ungefähr in der Mitte, du hast Straßen-ABS, Road-ABS on und du hast ein härteres Fahrwerk-Setting, eine härtere Fahrwerksabstimmung. Wenn du dann weiter gehst in den Startmodus, ist die Gasannahme sanfter, ist das Fahrwerk auf Medium und das ABS ebenfalls on. Also das ist zum Beispiel eine Variante, die sich auch dann für Regen anbietet, für Regenfahrten anbietet. Im Schotter-Modus hast du die Gasannahme noch sanfter, die Motorbremse stärker, du hast ein Offroad-ABS und das Fahrwerk, die elektronische Fahrwerksabstimmung auf sanft. Die siebenstufige Traktionskontrolle musst du dann eben, wie schon erwähnt, zu jedem Modus dann selber einstellen. Das merkt sich aber dann das System und du hast es aber eben, wenn du dann umschaltest von Schotter wieder auf die Straße und du bist vorher mit der Traktionskontrolle runtergegangen, dann musst du dann wieder mit der Traktionskontrolle raufgehen, wenn du eine haben willst auf der Straße. Also das muss man sich eben merken. Vorbereitet ist die Adventure Sports auch für das Koffersystem, das man hier einhängen kann. Was ist noch neu bei der Adventure Sports? Sie hat ein Kurvenlicht. Dieses Kurvenlicht wird auch gesteuert von der EMU, also schräglagenabhängig oder kurvenabhängig. Ist gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wo es früh dunkel wird, recht angenehm und leuchtet die Fahrbahn sehr gut und gleichmäßig aus. Ich bin ja wie gesagt hier mit der DCT-Variante unterwegs und ich muss sagen, das wird immer besser, dieses DCT. Das ist schon so ausgereift, das hat mir schon vorher sehr gut gefallen. Aber jetzt ist es eben neu, eben auch durch diese EMU, dass es auch zum Beispiel nicht mehr in Kurven geschalten wird. Also das System erkennt, wenn du in einer Kurve bist und führt dann keinen Schaltdurchgang mehr durch. Das war ein kleiner Kritikpunkt beim bisherigen DCT, dass da doch hin und wieder einmal in der Kurve auch geschaltet worden ist. Man hat das schon überspielen können oder man hat das schon übergehen können. Wenn man ein bisschen mehr am Gas bleibt, dann schaltet es auch nicht. Aber so ist das schon sehr, sehr angenehm und komfortabel, dass dann nicht mehr in der Kurve vielleicht einmal ein störender Gangwechsel vorgenommen wird. Ich meine, was das System immer noch nicht weiß, ist Gedankenlesen. Also das weiß nicht, ob du jetzt auf eine Kurve hinfallst. Also wenn du so runterschalten willst, musst du das nach wie vor manuell tun. Aber in der Kurve dann, in der Schräglage wird dann nicht mehr geschaltet. Beim DCT gibt es eben den normalen Drive-Modus und dann gibt es drei Sport-Modi. Mir persönlich, das habe ich eh schon öfter erwähnt, ist der Drive-Modus ein bisschen zu unterturig meistens. Ich bin dann lieber im Sport-Modus unterwegs. Der Sport 2 ist der, der meinem Fahrstil am besten entspricht. Aber im Drive-Modus ist das Motorrad sehr sanft unterwegs. Ich will nicht sagen gemütlich, aber es sind die Schaltvorgänge eher auf der harmonischeren Seite. Und ist auch gar keine so schlechte Variante, wenn man zum Beispiel bei Regen unterwegs ist oder wenn man auf Schotter unterwegs ist oder so. Und nicht jetzt dann auf Druck, nicht auf Angriff fahren will, dann ist dieser Drive-Modus auch ganz gut. Ich greife immer wieder daher. Warum greife ich immer wieder daher? Weil das Motorrad Heizgriffe serienmäßig hat und das ist schon recht angenehm bei diesen Temperaturen. Kann man sich auf automatisch einstellen. Da stellt sich dann eben der Heizgriff aufgrund der herrschenden Temperaturen ein. Oder eben in sechs verschiedenen Stufen. Also die heizen sehr gut. Das ist ganz praktisch. Das Windschild ist in fünf Stufen verstellbar. Man braucht dazu beide Hände. Mir persönlich ist fast immer Spur zu hoch, aber ich bin jetzt auch Karise. Ich bin eigentlich immer in der niedrigsten Position unterwegs gewesen. Das reicht mir auch für Autobahnfahrten. Ich würde mir vielleicht sogar eher noch im Zubehör ein niedrigeres Windschild besorgen, weil man kann sie dann eh höher stellen. Und es muss ja nicht so kurz sein wie das neue bei der normalen Afrika Twin. Aber ich bin eher ein Fan von kleineren, von niedrigeren Windschildern und mir ist das dann doch um eine Spur zu hoch. Aber es ist ein wunderbarer Windschutz, ein wunderbarer Weterschutz. Das Motorrad ist extrem bequem. Das Fahrwerk bügelt alles weg. Du kannst eben durch das elektronische Fahrwerk während des Fahrens verschiedene Setups fahren. Und das ist halt schon ein großer Vorteil gegenüber einem normalen Fahrwerk. Ob so ein elektronisches Fahrwerk einem den Aufpreis von 1800 Euro wert ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber auf alle Fälle funktioniert es sehr, sehr gut. Wenn ich zum Beispiel über meine Fahrwerksbeurteilungsnormstrecke auf der Wiener Höhenstraße fahre, dann bin ich eigentlich fast immer im Schottermodus unterwegs gewesen, weil da die Fahrwerksabstimmung softer ist, weicher ist, weil das bequemer ist und die sanftere Gasannahme da ja auch kein Nachteil ist. Ich habe davon gesprochen, dass das Motorrad leichter geworden ist. Um wie viel ist es leichter geworden? Es ist zwischen 5 und 6 Kilo pro Modell leichter geworden. Man kann mittlerweile ab 226 Kilo vollgetankt Honda Africa Twin fahren. Das ist dann eben das Standardmodell mit dem Schaltgetriebe. Das Topmodell, das ich hier stehen habe, wiegt vollgetankt 250 Kilo. Das ist zum einen dem DCT geschuldet und zum anderen dem elektronischen Fahrwerk. Das elektronische Fahrwerk macht das Motorrad um 2 Kilo, schwerer das DCT um 10 Kilo. Also ab 238 Kilo vollgetankt kann man auch Africa Twin Adventure Sports fahren. Ist natürlich ein Brockerl, da braucht man nicht drüber reden. Aber beim Fahren merkst du dieses Gewicht nicht. So viel Elektronik da jetzt drinnen ist, so wenig hat sich am Charakter des Motorrads geändert. Honda versteht es wirklich, dieser Reiseenturo die Gene der alten Africa Twin erhalten zu lassen. Das ist immer noch ein Reisemotorrad, das zugänglich ist, das relativ einfach zu fahren ist, das sowohl auf kurvenreichen Spaßstraßen Spaß macht, als auch auf unbefestigten Wegen. Ich würde sagen, dass auch ein Einsteiger sich mit dem Motorrad rasch zurechtfindet, ohne dass es einen erfahrenen Piloten langweilt. Also diesen Spagat bekommen wenige so gut hin wie uns. Honda mit der Africa Twin. Die Verkaufszahlen der Africa Twin sprechen ja auch für sich. Und mit der neuen hat man ganz einfach einen Schritt gemacht, der heutzutage offenbar notwendig ist, mit mehr Elektronik, ohne dass man den Charakter, das Wesen dieses Motorrads verraten hat. Wenn jetzt einer sagt, okay, 102 PS, das ist mir viel zu wenig, ich brauche bei einer Reiseentura 150 PS, ist zu akzeptieren. Aber dann würde ich jetzt einmal provokant sagen, dann hat er das Wesen der Africa Twin nicht verstanden. Weil die Africa Twin steht einfach für unkompliziertes Reisen, egal wie der Untergrund ist, egal wohin man fährt. Und da geht es nicht um Kraft im Überfluss. Natürlich wird der eine oder andere mehr wollen, aber dann ist er eben bei der Africa Twin nicht richtig. Ich bin froh, dass Honda bei der Africa Twin da jetzt nicht das mitgegangen ist, dieses Streben nach mehr Leistung. 102 PS sind ein ganz guter weiterer Schritt. Man merkt schon ein bisschen beim Überholen, beim Ampelstart mit DCT, dass da noch ein bisschen mehr Kraft jetzt da ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass da die Arme langzieht. Es ist ein Motorrad, das jederzeit ausreichend Kraft zur Verfügung hat, egal ob allein oder zu zweit. Und das trotzdem nicht überfordert. Es ist immer wieder Freude, das Motorrad auch durchs Winkelwerk zu bewegen. Trotz 21 Zoll Vorderrad ist es handlich, ist es agil. Die Bremserei ist Honda-typisch gewohnt gut. Das ist keinesfalls zu aggressiv Offroad und trotzdem präzise genug auf der Straße. Also das ist wirklich eine gute Geschichte. Die Bremsen, da gibt es gar nichts. Das Fahrwerk, ich habe es ja schon gesagt, man kennt ja solche elektronischen Fahrwerke. Das ist ein wunderbar ausgereiftes. Also da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das Fahrwerk, ich habe es ja auch schon gesagt. Als Serienbereifung hat Honda auf diesem Motorrad den Bridgestone Batlex AX41 Tourer. Das ist ein Reifen, der extra für die Africa Twin entwickelt worden ist. Ich habe davon auch schon ein eigenes Video. Ich blende es euch oben ein, ich weiß jetzt nicht ob links oder rechts, könnt es euch anschauen. Es ist ein Reifen, der dem Wesen des Motorrads im Großen und Ganzen gut entspricht, der das kann, was die meisten mit einer Reisenturo fahren wollen, der auf der Straße gut funktioniert, der im Schotter ganz ordentlich funktioniert, wenn es nicht zu nass wird, wenn es klatschig ist, ist bald Schluss mit lustig. Aber wie gesagt, ich habe da ein Video, das könnt ihr euch anschauen, da wollen wir uns jetzt gar nicht extra damit befassen. Zum Verbrauch genehmigt hat sich das Motorrad in meinem Test. 5,6 Liter auf 100 Kilometer in Verbindung mit einem 24,8 Liter Tank. Also der Tank ist jetzt auch wieder, ich glaube, um ein Dreiviertel Liter gegenüber der alten Adventure Sports angestiegen, sind da Reichweiten von gut über 400 Kilometer möglich. Ich bin überzeugt davon, dass man, wenn man im gemütlichen Tourenmodus unterwegs ist, auch 500 Kilometer schafft, so wie das Honda angibt. Aber gute 400 Kilometer kommt es auf alle Fälle mit dem Motorrad. Das Motorrad hat serienmäßig einen USB-Stecker und eine 12-Volt-Steckdose, damit man eben unterwegs Handy laden kann, ein Navi anschließen kann. Die Fußrasten sind gut, sind mittlerweile größer als bei der allerersten Africa Twin. Ich würde mir trotzdem noch größere verbauen, damit man beim Stehendfahren noch einen besseren Stand hat. Apropos Stehendfahren, Apropos Stand, das ist sehr, sehr gut. Also der Lenker ist auch immer Spur höher als bei der Alten. Also von der Ergonomie gibt es nicht viel Besseres, sowohl beim Sitzendfahren als auch beim Stehendfahren. Von der Größe her, CC, ich bin 1,75, Adventure Sports. Bei der Alten habe ich nicht einmal annähernd mit den Zehenspitzen runtergekommen und jetzt habe ich schon einen guten, sicheren Stand damit. Also natürlich ist die Adventure Sports ES DCT mit 250 Kilo vollgetankt, ordentlich Spöckerl. Trotzdem kann man das auch alleine aufstellen, wenn man die richtige Technik hat. Ich habe das extra für euch auf einer Wiese, damit nichts beschädigt wird, ausprobiert und kann euch das auch noch zeigen. Na, geht euch aufstellen. Super! Ich kann mich erinnern, wie ich das allererste Mal die DCT gefahren bin, ich glaube 2014 war das. Da habe ich auch gesagt, ich würde mir im Zubehör diesen Fußschalthebel bestellen. Das ist ein Blödsinn, würde ich nie mehr ausgeben mehr das Geld dafür. Das funktioniert richtig gut mit den Handwippen. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss beim Runterschalten, weil eben so viele Schalter drauf sind auf dem, auf dem linken Lenker, dass man es theoretisch mit dem Blinker verwechseln könnte, aber das hat man recht schnell dann auch heraus. Man kann ja auch manuell schalten, also man kann neben dem Drive und dem Drive Sport Modus auch jederzeit manuell schalten. Ich mache das aber gar nicht. Wenn ich das DCT zur Verfügung habe, dann fahre ich mit DCT meistens eben, wie gesagt, im Sport 2 Modus und zum Überholen oder so vor einem Überholvorgang schaltest du einfach mit der Hand zwei Gänge runter, damit du zügig überholen kannst, weil das kann ja das DCT nicht ahnen, dass du das jetzt vorhast. Zum Erscheinungsbild ist ja eh schon alles gesagt worden, speziell in dieser Tricolore Farbe, falls mir ausgezeichnet, nach wie vor, so wie auch das Vorgängermodell. Zur Soziotauglichkeit, die Melle ist diesmal nicht mitgefahren, hat keine Zeit gehabt oder war es jetzt kalt, keine Ahnung, müsst ihr es fragen, aber sie hatte schon das Vorgängermodell als eines der bequemsten Motorräder bezeichnet, mit dem sie jetzt unterwegs gewesen ist und da hat sich glaube ich von der hinteren Bank nichts geändert. Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das nach wie vor ein Motorrad für fünf Wölfe ist, also für fünf Wölfe im Soziobetrieb. Wir werden das nächstes Jahr sicher mal noch überprüfen, weil geplant ist im September eine Reise mit der Adventure Sports. Das Standardmodell, ich will jetzt gar nicht sagen die normale, weil für viele vielleicht sogar die bessere Wahl, aber das Standardmodell der Africa Twin werde ich im Frühjahr ausgiebig testen, da wird es dann auch sicher die eine oder andere Offroad Einlage geben. Ich war in den zwei Wochen jetzt mit dem Motorrad auf den verschiedensten Straßen unterwegs. Man ist natürlich um die Jahreszeit nicht auf der letzten Rille unterwegs, aber das Motorrad ist auch nicht unbedingt ein Motorrad, um damit auf der letzten Rille unterwegs zu sein. Das ist ein Motorrad zum Tourenfahren, zum Reisen und beim Reisen kannst du das Wetter nicht aussuchen, kannst du die Witterung nicht aussuchen. Deswegen hat es vielleicht ganz gut auch gepasst, dass ich jetzt hier Ende November, Anfang Dezember zwei Wochen unterwegs war. Ich bin Schotter gefahren, ich bin kurvenreiche Passstraßen gefahren, ich bin Autobahnpassagen gefahren, ich bin im Stadtverkehr unterwegs gewesen. Man kann sich mit dem Motorrad auch wunderbar durchschlängeln durch den Verkehr. Also alles was man eben mit so einem Motorrad fährt, ein neues Gesicht hat es auch verpasst bekommen von den Scheinwerfern vorn, ohne dass sie deswegen ihr typisches Aussehen verloren hätte. Das ist wie gesagt eine sanfte Evolution gewesen, eine Evolution, eine Weiterentwicklung, die Sinn gemacht hat und trotzdem auch eine sanfte Revolution oder vielleicht sogar richtige Revolution, weil es eben jetzt auch mit dem vollen Elektronikpaket daherkommt. Für wen ist jetzt diese Africa Twin? Für jeden, der gern mit dem Motorrad auf Reise geht, für jeden, der gern die befestigten Wege verlässt. Das geht auch mit der Adventure Sports überhaupt kein Problem. Es geht für ein 250 Kilo Motorrad relativ viel. Natürlich ist dann die normale noch ein bisschen mehr auf Offroad mit einem kurzen Win-Schild. Allerdings ist nicht so, dass die Standard Africa Twin jetzt den hohen Federweg hat der alten Adventure Sports, sondern die haben beide 230 beziehungsweise 220 Millimeter. Das ist auch absolut ausreichend für eine Reise Enturo. Wer wirklich die 250 Millimeter beziehungsweise ich glaube 248 Millimeter von der alten Adventure Sports will, der muss schauen, dass er sich noch eine 219er besorgt, wenn er groß genug ist für das Motorrad. Aber glaubt man, das ist nicht notwendig. Das ist so bequem, das Motorrad. Das bügelt alles weg. Speziell mit diesem semi-aktiven Fahrwerk. Aber ich bin überzeugt, auch mit dem Standard-Fahrwerk, mit dem manuell einstellbaren Fahrwerk, das ist ja auch voll einstellbar, ist man mit der Africa Twin ganz sicher auf so ziemlich allen Wegen gut unterwegs. Zusammenfassend muss man sagen, die Honda Africa Twin Adventure Sports ist ein wunderbares Reisemotorrad, ein Tourenmotorrad, das sehr, sehr bequem ist, das durch dieses elektronische Fahrwerk ganz einfach jetzt auch noch universeller geworden ist, universeller im Sinne. Du hast fast immer das ideale Fahrwerks-Setup. Das kannst du im Normalfall nicht so haben. Mit einem herkömmlichen Fahrwerk musst du immer ein bisschen an Kompromiss eingehen. Das stört nicht. Mich hat noch nie gestört, dass ich eine Fahrwerkseinstellung habe und mit der dann eine ganze Reise gefahren bin. Also so ehrlich muss man auch sein. Nur wenn man es hat, wenn es einen Wert ist, diese 1800 Euro Mehrpreis, dann muss man sagen, das funktioniert schon richtig gut. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ich bin da voll des Lobes für das Motorrad, das ist eine Lobhudelei. Ja, was soll ich tun? Es ist wirklich recht wenig zu begritteln, meiner Meinung nach. Es ist eine Reiseenduro, wie ich mir eine Reiseenduro vorstelle. Das habe ich schon bei der ersten Africa Twin gesagt und das hat Honda ganz einfach gut, sinnvoll weiterentwickelt. Aber natürlich kann man auch wie immer ein bisschen Kritikpunkte finden. Wie ich schon erwähnt habe, die Schalterflut am linken Lenker ist nicht unbedingt meins. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Dass die Traktionskontrolle bei den Fahrmodis nicht gleich sich mit verstellt, dass man die extra verstellen muss. Ja, hätte auch nicht sein müssen. Hätte mir besser gefallen, wenn die einzelnen Fahrmodi schon eine voreingestellte Traktionskontrolle haben, die man dann vielleicht noch überrollen kann oder eben sich mit diesen zwei individuellen Benutzermodi noch selbst einstellen kann. Aber das sind Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt noch Flö suche, dann kann ich sagen, der Handguard, der schaut robuster aus, als er ist. Also das schaut so aus, als wenn das so eine Alustrebe ist mit einem Plastikschützer. Aber nein, das ist alles Plastik. Das würde wahrscheinlich den ersten gröberen Bodenkontakt nicht wirklich überleben. Aber das sind Kleinigkeiten. Nur ganz, ganz wenige Hersteller haben wirklich schon robuste Handguards drauf. Das ist nur Wetterschutz. Gut, das war es jetzt schon wieder von meiner Seite her. Mir wird schon langsam kalt. Ich wäre jetzt dann da. eine kleine Runde fahren müssen, um wieder ein bisschen auf die Heizgriffe zu greifen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Diesmal ganz besonders, weil ich mir eben Ende November, Anfang Dezember für euch da zwei Wochen lang noch ein bisschen den Hintern abgefroren habe. Hat aber Spaß gemacht, muss ich auch dazu sagen. Lasst einen Kommentar da, was ihr von dem Ding haltet, was ihr von der neuen Honda Africa Twin 2020 im speziellen von der Adventure Sports haltet. Ob das sinnvoll war, dass sie jetzt auch das ganze Rundum-Elektronik-Paket verpasst bekommen hat. Oder ob es ihr der Meinung seid, na Africa Twin, das ist was puristisches. Das hätte das ganze nicht gebraucht. Ob die 102 PS für euch ausreichend sind oder ob es ihr gesagt hätte, na wenn es schon stärker, dann hätten es gleich 120, 130, 140, 150, 160 PS sein sollen. Schreibt es unten rein in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde, dass genug ist, dass die 102 PS perfekt zu dem Motorrad passen. Vom Ansprechverhalten, der Motor, das ist so harmonisch alles. Ich glaube, dass das mehr nicht unbedingt wirklich mehr Spaß bedeuten würde. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Schreibt es unten rein, würde mich wirklich interessieren. Und ganz ganz wichtig, bevor ich vergesse, hört es auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Falls ich jetzt bei dem Video irgendwas vergessen habe, dann könnt ihr es wie immer nachlesen in meinem Testbericht auf Bike on Tour. Der wird sehr ausführlich auch sein. Wenn ich jetzt bei dem Video irgendwas vergessen habe, dann könnt ihr es sicher auch nachlesen in meinem Testbericht.